so jetzt hier immer noch berlin nach wie vor ist auch da ja hier drüben asia essen ich zeige gerade mal hier drüben an da sind auch geweck kind hier das sind auch skaters ja ich zeige es hier guck da ich drehe mal hier rum hier da sieht man den turm so dann zeige ich dich mal kurz hier hier jetzt sehe ich gerade um schar preist an hier ist was sieht man ja auch gar nicht in natura wo wir herkommen wir kommen nämlich aus hannover belgraz so wollte ich noch mal sagen so da hinten habe ich vorhin die informationen erhalten dass da unter umständen nationalsozialisten zugegen sind das hört man bestimmt gar nicht wenn ich jetzt red das hier ist die atomare physik uhr erfunden von albert schweizer hat sich dafür mühe gegeben und hier möchte ich auch mal kurz zeichnen kann man anpreisen hoch den rock rein dem bock auch hier wird gepriesen gelbe tüten sind dieses jahr im sommer modern und müssen gezeigt werden so hier hinten ist die chinesische fahrradkulone mauer blümchen keine bösen wörter chinesische fahrradkulone ho chi ming ja aus belgrad auch hanoi wenn man das jetzt mal kulturhistorisch aufrollen will man sollte das ja auch eigentlich hat man dafür überhaupt keine zeit das ist wohl wahr die scharpskins sind ja ganz groß wo ja ja hatte ich schon hatte ich muss gerade mal hier drüben hin filmen das ist glaube ich spiel cosby und seine tante das ist für cosby und seine tante und zwar zeichen euch zu hause am apparat jetzt nochmal will cosby und seine tante macht nichts hier ist gerade nichts mehr da jetzt film ich die ganze zeit bloß hier drüben ist indiana jones ein ganz seltenes subjekt er zeichnet sein hut und hier ist unser ehemaliger bundespräsident herrmann schweins ich bin nicht so gebildet politisch ist durch was hier drei minuten schon länger kann er nicht preisen oder oder der lager das dann um in eine zwischen subjektion dann stoppt dann stopp auf wiedersehen ich melde mich